Was ist das eigentlich? Ich sag, äh... Versus, oder? Versus, oder? Versus, oder? Versus, oder? Versus, oder? Versus, oder? Job suche seinen Sohn! Versus, oder? 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 Ey, das sind so Arschlöcher, warum kann ich denn Nicht den genauen Modus auswählen, Alter Ey, Ficken Was will ich denn nicht spielen, ne? Gucken, was das ist Galos Oh, Spielstart, Schnellstart Weil Was lädt der dir das alle ein, da? Was ist das? Funktioniert echt gut, GTA, ne? Findest du nicht mal Leute? Hat keine Einladung verschickt, ey Als ob nur 10, 20 Leute auf der Welt GTA spielen, normal müsste die Lobby doch explodieren hier direkt Ist so schlecht gemacht, ne? Hauptsache, Gelbschneider-Updichts raushauen, ey Kaletti Ach, guck mal, jetzt auf einmal lädt der alles mögliche ein Ja, genau Ja, genau, jetzt startet die Sitzung, weißte Ah So ist die Frauenwelt Wie trocken einfach, ey Ich geh kaputt Legt Millionen ein und dann am Ende Pfff Hat doch keinen Sinn jetzt alleine spielen Ein bisschen doof, ne? Ein bisschen doof, ne? Was heißt denn jetzt, ich schalte da einen Gewinner aus? Was macht das denn? Was macht das denn? Hä Was bringt das mir denn, Gewinner zu sein? Was macht das denn? Was macht das denn? Was macht das denn? Hä? Ach Ach, so ist das. Ich kriege Punkte, wenn ich hier Gewinner bin. Dann brauche ich ja nur im Kreis laufen die ganze Zeit. Wie behindert ist denn der Modus, bitteschön? Ich muss doch die ganze Zeit nur noch um das Haus rumlaufen. Der hat doch gar keine Chance mehr ohne Raketenwerfer oder so. Alleine, also alleine auf jeden Fall hat der keine Chance. Das ist jetzt vorbei, oder was? Am Arsch, Alter. Wer ist denn jetzt hier wer, Alter? Wie? Ich hab's dir da umgelegt. Du blödes Spiel, ey. Ich hab's dir was, ich hab' Bluck! Kann ich ja hier einsteigen. Ich muss nur meine Punktzahl oben halten, ne? Abgeschlossen. Komm, ich hab dich fast. Das ist so pein, Alter. 8000 Dollar, ja, Glückwunsch, sein Sohn. Gottmauuut! Wie bescheuert, Alter. Du kriegst die Lobbys hier einfach nicht voll. Ach, zwei Runden, ne? Ich bin der Winner! Ich bin der Winner! Warum leg ich mich eigentlich mit dem an, Alter? Ich bin doch der Gewinner! Warum soll ich... Warum... Eigentlich... Ach, Quatsch! Ich hab auch nicht mehr gestiegen! Gezockt seit, was weiß ich, wieviel Wochen, Monaten, ey. Ich hab keine Ahnung. Lulululululululululululululul! Ohja, ich bin schon wieder tot gleich hier. Alter, manchmal ist das mit dem Aim hier auch ein bisschen dumm, ne? Kann man als Verlierer eigentlich einsteigen, ist so die Frage. Nee, die stehen auch nur zur Deku hier rum, ne? Ähm, ähm. Bis dann!